Hallo, heute stellen wir Ihnen einige handelnde Personen aus dem Buch Alles in Butter vor. Da ist zunächst Hubert, der Betriebsratsvorsitzende, seit Jahrzehnten im Betrieb freigestellt, von allen geachtet. Und hier sehen Sie Kevin. Er fährt einen Gabelstapler bei A- und B-Technik und er ist auch im Betriebsrat. Das ist Kerstin. Kerstin arbeitet in der Verwaltung und kämpft ständig mit dem Kopierer. Und der Chef, der wird von allen auch immer nur der Chef genannt. Mehr Infos zum Comic in der nächsten Folge, auch in der Zeitschrift AIB, auf YouTube, Facebook und Twitter. Und natürlich unter www.allesinbutter.info Dann erst mal Tschüss. Alles in Butter, der Comic für Betriebsräte. Bestellen Sie jetzt.